Wie man hier sieht, sind wir als HFDM hier und die HFDM ist ein Bestandteil der Campus Technik AG. Die Campus Technik AG ist eine Organisation, die zu einem Ausbildungs-Kompetenzenzentrum am Jura-Südfuss werden soll. Deswegen sind wir hier als Campus Technik AG und die HFDM ist ein Bestandteil der Campus Technik AG. In diesem Zusammenhang haben wir hier ein Projekt an der Messe, das um das Thema Lichtbau geht. Das wird ein Kurs sein, den wir anbieten, aber wir wollen auch ein Lichtbau-Kompetenzenzentrum werden. Als Lichtbau-Kompetenzenzentrum bieten wir auf der einen Seite Ausbildungskurse an, die dann über die HFDM laufen. Hier steht der Link und das Lichtbau-Kompetenzenzentrum wird aber auch eigene Produkte, innoaktive Produkte anbieten, entwickeln. Wir zeigen zusammen die Uhrenverpackung komplett recycelbar, die wir zusammen mit GML Engineering entwickelt haben. Einen von unseren Partnern, den wir jetzt auch in das Expertennetz, das wir im Campus Technik AG einbieten wollen. Wir sind im Moment sehr überrascht, wir haben sehr positiv sein können. Sie sagen alle, das ist etwas, das könnte etwas werden. Wir haben auch schon Kunden, wo wir eventuell noch Offerten machen können, wo wir das in Serienproduktion geben könnten.